Muss Eintracht Frankfurt einen Spieler der Marke William Pacho oder Omar Mamouche verkaufen? Die Details zu Bayerns Angebot an Alphonso Davies? Und steht Alassane Pler vor einem Abschied von Borussia Mönchengladbach? Das die Themen in diesem Video und ja, wenn ihr Videos wie diese mögt, dann gebt euch einen Kick, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wir haben bald die 14.000 erreicht, es fehlen nicht mehr viele. Seid da gerne ein Teil von und vor allem auch immer mit am Start, wenn es was Neues gibt. So und in dem Sinne fangen wir jetzt mal mit Eintracht Frankfurt an. Wo Markus Kröscher beim Kicker gesagt hat, dass es bei jedem Spieler Schmerzgrenzen gibt und keiner ist unverkäuflich. Man möchte natürlich trotzdem nicht viele Veränderungen vornehmen und die Mannschaft, soweit es geht, zusammenhalten. Im Großen und Ganzen ist man auch sehr zufrieden mit dem Kader und ich denke, vom reinen Potenzial kann man das durchaus auch sein. Die eine oder andere Ergänzung muss man da auf jeden Fall holen. Aber wie es aussieht, wird man im Sommer wohl einen Spieler, der sehr werthaltig ist, verkaufen. Und der Grund dafür ist folgender. Und zwar möchte man sich eine Art Fallschirm schaffen, um durch Transfererlöse auch mal eine Saison ohne internationalen Wettbewerb überbrücken zu können, wenn der Fall denn mal eintrifft. Denn damit muss man natürlich auch immer mal wieder rechnen. Die Konkurrenz in der Bundesliga ist groß. Du hast mit Mannschaften wie Bayern, Leverkusen, Dortmund, Leipzig Teams, die sich in der Regel immer international qualifizieren. Jetzt ist der VfB Stuttgart auch so ein Stück weit mit reingestoßen in meinen Augen. Also wenn die Entwicklung da auch nur halbwegs so weitergeht, hast du einen weiteren Favoriten auf der Europapokalplätze. Frankfurt ist natürlich auch dabei, ganz klar. Aber, und das darf man eben auch nicht vergessen, es gibt immer wieder ein, zwei Überraschungsteams, die ebenfalls nach oben vorstoßen können und das Potenzial haben, europäisch zu spielen. Und deswegen ist das schon eine sehr vernünftige Herangehensweise meiner Meinung nach. Natürlich, man hat auch vor einem halben Jahr ungefähr kommuniziert, dass man als Eintracht Frankfurt vorhat, auch mal innerhalb der nächsten fünf Jahre die Top 4 anzugreifen und mal wieder Champions League zu spielen. Da hat man auch ein bisschen Blut geleckt nach dem Europapokalsieg 2022. Klar ist aber auch, da darf man nicht all in gehen und man muss immer eine gewisse Absicherung haben. Jetzt kann man zu Recht fragen, ob Eintracht Frankfurt ein solches Vorgehen überhaupt so sehr nötig hat. Immerhin hat man im vergangenen Sommer auch richtig viel Geld eingenommen. Aber folgende Punkte muss man da bedenken. Frankfurt hat insgesamt knapp 60 Millionen Euro in den vergangenen Jahren in die Infrastruktur investiert. Man hat dazu auch während des großen Cs wie einige andere Teams auch große Probleme gehabt. Und da konnte man so gesehen jetzt erst wieder das Eigenkapital auf Vor-Pandemieniveau erhöhen. Dieses liegt jetzt übrigens bei ungefähr 60 Millionen Euro heißt es. Und insgesamt sieht der Plan eben vor, auch in der kommenden Transferperiode mehr Geld einzunehmen als auszugeben. Und dann guckt man sich mal den Kader der Eintracht an. Wer könnte viel Geld einbringen? Und blicken wir da auf die vergangene Saison und die Marktwerte. Gibt es eigentlich nur drei Spieler, die da in Frage kommen. Und das ist einmal Omar Mamouche, der mit 17 Toren und 6 Vorlagen in 41 Pflichtspielen seine bis dato persönlich beste Saison gespielt hat. Sein Marktwert liegt aktuell bei 22 Millionen Euro. Er hat noch einen langfristigen Vertrag bis 2027. Und wäre entsprechend ein Spieler, der einiges an Ablöse generieren könnte. Einer, der in meinen Augen sogar noch mehr einbringen kann, ist William Pacho. 35 Millionen Euro Marktwert, vertragt bis 2028. Hat eine sehr steile Entwicklung genommen bei der SGE. Und im Grunde genommen völlig vergessen gemacht, dass da mal ein Evan Endika stand. Ich würde sogar glatt sagen, William Pacho hat nochmal ein deutlich höheres Potenzial. Und ja, aus ihm könnte man selbstverständlich auch so 40, vielleicht sogar 50 Millionen Euro rauspressen, wenn man es denn schon im kommenden Sommer möchte. Und ich würde es noch nicht mal zu 100% ausschließen, denn es gab ja zuletzt auch Gerüchte um Konstantinos Kulirakis, der ja ebenfalls Linksfuß ist und durchaus ins Profil reinpassen würde, der Nachfolger von William Pacho zu sein. Und ein dritter Name, der mir noch einfallen würde, wäre Hugo Larsson. Auch bei ihm, gerade in der Hinrunde, sehr steile Entwicklung bei Eintracht Frankfurt. Rückrunde nicht mehr ganz so krass, war da auch nicht mehr so wirklich unumstritten. Gerade in der Endphase der Saison kam er auch nur noch häufig von der Bank. Aber 19 Jahre jung, hat noch viel Zeit sich weiterzuentwickeln. Und meiner Meinung nach sollte man Hugo Larsson auch am ehesten von den genannten Kandidaten behalten. Einfach weil ich hier in Zukunft noch ein viel höheres Ablösepotenzial sehe. Bei Mamouche würde ich sogar sagen, wäre jetzt direkt sogar vielleicht ein guter Zeitpunkt ablösefrei geholt. 30 Millionen plus sind da denke ich drin. Bei Pacho muss man auch mal schauen, wie weit es tatsächlich noch gehen kann. Am liebsten sage ich euch ganz ehrlich, würde ich aus Frankfurter Sicht niemanden verkaufen und eher noch ein, zwei Ergänzungen dazu holen. Aber wenn man schon liest, dass keiner unverkäuflich ist und dass man wieder einen Transfer plus erwirtschaften möchte, dann wird es wohl wahrscheinlich leider so kommen. Schreibt mir an der Stelle gerne mal in die Kommentare, wenn ihr anstelle von Eintracht Frankfurt von den genannten Kandidaten oder möglichen Kandidaten, die viel Ablöse generieren können, verkaufen würdet. Da würde mich echt mal eure Meinung interessieren. Kommen wir jetzt zu einem Bericht der Bild bezüglich Alphonso Davies. Und zwar bahnt sich womöglich doch eine großzügige Kehrtwende an. Denn obwohl die Bayern Davies zeitweise ein Ultimatum zur Vertragsflängerung gemacht haben und dieses war ja auch abgelaufen, hat man Davies jetzt doch erneut die Tür geöffnet. Und es heißt, es haben Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden und der deutsche Rekordmeister will Davies in puncto Gehalt. Im Bericht heißt es, dass Bayern dem 23-jährigen Kanadier bereit ist, mehr als 13 Millionen Euro Jahresgehalt zu zahlen. Ein Hauptgrund dafür ist folgender und zwar macht sich Kompany, der hier als großer Davies-Fan bezeichnet wird, für den Spieler stark. Und er hat Davies wohl persönlich angerufen, um ihn davon zu überzeugen, bei den Bayern zu bleiben. Und deswegen hat Sportvorstand Max Eberl die Verhandlungen mit der Spielerseite wieder aufgenommen. Oder anders gesagt, Kompany plant Stand jetzt tatsächlich fest mit Davies. Nichtsdestotrotz steht Stand jetzt immer noch der Fakt, sein Vertrag gilt nur noch bis 2025. Sollten die Verhandlungen trotz besseren Angebots scheitern, herrscht weiterhin ein gewisser Verkaufsdruck. Dennoch ist es schon mal interessant zu wissen, dass Kompany viel von Davies hält und dass das durchaus dazu führen kann, dass er womöglich doch noch bei den Bayern bleibt. Kommen wir jetzt zu einem Bericht, der mich persönlich ein bisschen überrascht. Und zwar heißt es, dass laut der BILD eine Entscheidung getroffen wurde. Und zwar die, dass Borussia Mönchengladbach einen Verkauf von Alessand Plea anstrebt. Es sei denn, der 31-jährige Topverdiener bei der Borussia wäre bereit, sich auf massive Gehaltskürzungen einzulassen. Ansonsten bietet sich den Fohlen in diesem Sommer aufgrund des nur noch bis 2025 laufenden Vertrags zum letzten Mal die Möglichkeit, eine angemessene Ablöse für Plea zu kassieren. Fälle wie Marcus Turam, Matthias Ginter oder Rami Benzbaini sollen in Zukunft nicht mehr passieren. Was mir hier persönlich für Gladbach so ein bisschen Sorgen macht. Ja klar, Plea hatte keine gute Rückrunde, hatte ja zunächst auch mit einer Knochenprellung zu kämpfen und hat dann nur eine einzige Vorlage geliefert. Aber in der Hinrunde, da war ja im Grunde genommen einer der Besten bei der Borussia. Sieben Tore, vier Vorlagen und insgesamt liefert er auch in jeder Saison seine Scorer. Da kann man sich eigentlich so ziemlich auf ihn verlassen. Und generell muss man ja auch bedenken, dass Gladbach in den vergangenen Jahren echt viel Qualität verloren, aber kaum welche hinzubekommen hat. Und so wurde aus einer Mannschaft, die potenziell um Europa mitspielen kann, jetzt eher ein Team, welches ich Stand jetzt eher im unteren Mittelfeld sehe. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die ich persönlich sehr schade finde, weil Gladbach ja immerhin noch zu den größeren Traditionsvereinen der Liga gehört. Aber gut, warten wir da einfach mal die Entwicklung ab. Ich werde euch wie immer darüber berichten, wenn es was Neues gibt. Und ja, an der Stelle habe ich euch jetzt wie immer mein neuestes Video in der Endcard verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei, lasst ein bisschen Liebe da und in dem Sinne Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.